Ash, geh ans Telefon! Hallo? Wie sieh's aus? Wer soll denn sagen, dass ich komme? Der sitzt auf dem Fahrrad. Wir fangen mit dem Wiegen an. Er kommt. Ich hab ne kleine Überraschung für dich. Genau, 63,5 Kilo. Ich werde dir wie ein Gewitter vorkommen. Ich fühl mich, als sollte ich Werbung für Frühstücksflocken machen und für Powerdrinks. Jimmy! Der pasmanische Teufel wurde heute Abend mit gebrochenem Genick ins Kent County Memorial Hospital eingeliefert. Angesichts der Schwere der Verletzung reicht ein Stoß, ein Sturz. Jedes Einwirken auf Ihren Hals könnte Ihr Rückenmark durchtrennen. Es sollte anders laufen. Ja, ich weiß. Das war's noch nicht, Vinny. Vinny. Es ist ne große Welt außerhalb des Rings. Kev, ich werde wieder kämpfen. Nein, wirst du nicht, Vinny. Vinny, nein, nein! Du kannst es nicht, was? Aufgeben! Ich weiß genau, was ich tun muss, um aufzugeben. Und weißt du, was mir Angst macht, Kev? Dass es so einfach ist. Das ist Wahnsinn! Ich kann mich nicht mehr daran beteiligen, dass du verletzt wirst. Ich bin noch nicht fertig. Es steckt mehr in mir. Geh da raus und zeig mir, wie du das machst. Zeig mir, wie du lebst. Zeig mir, wie du kämpfst. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer du bist. Oh no!